Ich schwöre auf alles, es ist so geisteskrank, wie viele Leute, ähm, ähm, IKIN feiern. Das ist, Bruder, diese, ich weiß nicht, wer das, ich weiß nicht wirklich nicht, wer das ist, aber, also, da sind echt stabile Künstler dabei, ne, und IKIN an sich ist auch geil. Die feiern alle Künstler, die feiern alle Künstler, und ich hab auf IKIN reagiert, äh, und das ist auf meinem Clip-Kanal nur gekommen, ne. Und es ist wirklich krass, wie viele Leute schreiben, wie ein Kid reactet, miese Vorurteile, unnötige Kommentare. Der einzige Cock, den Hamed will, ist der von Sami. Sami hat alles kaputt gemacht, dank ihm redet jeder Streamer schlecht über IKIN. Bruder, ich hab, ich hab so lange nicht mehr mit Sami geschrieben, Sami ist einer meiner besten Kollegen, aber es reicht doch, wenn ich auf Rappler Rue reagiere, und ihn supporte, und ihn sage, ihn das nicht abspreche, und sage, ey, stabil gemacht, Sami. Bruder, ich re, ich reagiere nicht extra schlecht auf IKIN. Ich hab einen Tag, bevor ich auf IKIN reagiert hab, mit Emre gesprochen. Weil er meinte, Bruder, ich schick dir Tracksuits von IKIN, ich meinte, schick und so. Er meinte, reagierst du? Ich meinte, ja, ja, ich reagier. Oh, Bruder, ich kann doch nicht so tun, als ob ich die feiern würde, die Leute da. Da waren miese Müllmänner dabei. Das ist ja noch die Top 100. Da waren auch krasse dabei, wie dieser Spanier hier, aber auch miese Müllmänner wie die hier. Die waren Müll, Bruder. Soll ich lügen? Die wollen, dass ich lüge. Und dann einer der Rapper macht einfach eine Story, Bruder. Er macht einfach eine Story. Ich soll live gehen, ich guck nur kurz Markierungen durch. Hier, warte, hä? Er hat die Story gelöscht. Wo ist Bombo-Klaut, dog, I am? Kann ich meinen Mann nicht mehr wake-up gut oder nicht? Gib mir eine gute Blut-Klaut, dog. Wie kann ein bisschen Bombo-Klaut, das ich immer gebe? Ich kann mich nicht mehr auf die Blut-Klaut. Ich kann mich nicht mehr auf die... Hey, hey, yo! Ey, yo, Bruder, ist das krass. Ist das krank. Ey, Bruder, ist das krass. Bruder, wo ist deine Story? Jetzt macht meine Story gar keinen Sinn mehr. Jetzt habe ich die nur gepostet. Stellt euch mal vor, das war eine Taktik von ihm, damit ich sein Spotify poste. Jetzt muss ich meine Story auch rausnehmen, Bruder. Ich werde jetzt ganz bestimmt nicht sein Spotify einfach drin haben. Ist das krank, Chad. Ich wollte das gerade zeigen, Bruder. Ich konnte nicht mal. Also, das war... Der Rapper hier, JZ. Ich weiß nicht mal, was ich gegen ihn gesagt habe, Bruder, aber er hat das so ernst genommen. Er meint so, ja, Hamid, halt deine Fresse und sowas. Bleib bei deinen komischen Videos und so. Und, Bruder, nur weil ich seine Musik nicht feiere, heißt das doch nicht, dass du das direkt ernst nehmen musst. Ich habe nur dein... Oder habe ich überhaupt irgendwas zu ihm gesagt? Wo ist er? Ach, egal. Scheiß auf ihn. Auf jeden Fall, ich habe ja auch Leute gefeiert. Ist ja nicht so, als hätte ich nur Leute schlecht geredet. Feni, danke für den vierten. Ist ja nicht so, als hätte ich nur Leute schlecht geredet, aber die meisten waren Chopo Moting. Dann kann ich doch nicht so tun, als ob ich die feiern würde. Checkt ihr, wie ich meine? Ich war nur ehrlich. Ich weiß dann manchmal, ist das vielleicht unsympathisch oder so, weil... Wenn ihr den feiert und ich nicht, dann denkt ihr euch so, Kelleck. Aber hier, den hier habe ich auch zum Beispiel gefeiert. Ich sage nur meine Meinung, Bruder, wenn das nicht mein Geschmack... Den habe ich auch gefeiert. Bruder, ich skipp durch, ich feiere die Leute. Den kenne ich nicht. Die beiden habe ich auch gefeiert. Komisch. 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 Die, die ich nicht feiere, sagen, ich fake meine Reaktion. Nur die beiden habe ich... Guck mal, ich skipp überall durch. Die beiden habe ich auch gefeiert. Denen habe ich auch Props gegeben. Komisch. Die habe ich, glaube ich, nicht gefeiert. Die... Ah, La Zee habe ich auch gefeiert. Dass der, der Chips gegessen hat. Gänsehaut. Ich schwöre... Saint. Habe ich auch nichts gegen gesagt, Bruder. Das ist Gänsehaut. Ich schwöre, das ist Gänsehaut. Ich muss jeden feiern, sonst sagen die... Ich sage Fake-Meinung für Sammy. Bruder, das juckt mich doch nicht, was Sammy sagt. Ja, ich darf doch... Ich mache... Veränder doch nicht meine Streams, damit Sammy sich freut. Checkt ihr, wie ich meine? Ich mache meine Streams real, damit meine Zuschauer und ich uns was geben zusammen. Hä? Ohne Sinn. Komisch. Das ist... Das war's.